Vier neue iPhone 15 Modelle hat Apple vorgestellt. Wir haben sie jetzt ausführlich im Testlabor und auch in der Praxis begutachtet. Und hier fassen wir mal das Wichtigste zusammen. Das sind die wichtigsten Fragen zum und aus dem iPhone 15 Test. Erste Frage, was ist die wichtigste Neuerung der iPhone 15 Serie? Die wichtigste Neuerung ist ganz eindeutig die USB-C Buchse. Das heißt, es gibt nicht mehr das alte Ladekabel mit Lightning Stecker. Das passt nicht mehr an die neuen Geräte, sondern USB-C wie bei eigentlich allen anderen Smartphones. Und fast auch allen anderen kleinen elektronischen Geräten. USB-C zum Laden, Datenaustausch und so weiter. Was bedeutet das? Ja, einmal für alle, die jetzt seit Jahren ihr ganzes Haus, Auto und Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer mit Lightning-Kabeln ausgestattet haben. Für die bedeutet es natürlich neue Kabel kaufen. Wenn man das mal erstmal hinter sich hat, gibt es aber aus unserer Sicht eigentlich nur Vorteile. Denn wir haben mal ausprobiert, was mit den iPhones funktioniert. Und ich zumindest war doch durchaus überrascht. Alles, was ich so an Standard-Kabeln und Adaptern in der Schublade hatte, hat funktioniert. Das heißt, ja, ein Samsung-Netzteil, ein Samsung-Kabel. Ich habe noch einen alten USB-C Kopfhörer von Samsung bzw. AKG gehabt, drangesteckt. Funktioniert. Ich habe einen USB-Stick, also USB-A mit einem USB-C Adapter, die gibt es auch sehr günstig, angesteckt. Wurde erkannt. Ich habe eine SSD-Festplatte angesteckt. Sogar eine Festplatte, eine alte, kann man anstecken. Und dann erscheint dann eben ein Dateimanager, die Festplatte oder die SSD. Man kann Daten hin und her kopieren. So ähnlich fast wie beim PC. Sogar ein Ethernet-Adapter, also ein Adapter USB-C auf Netzwerkkabel war möglich. Und es war für mich das erste Mal, dass ich jetzt ein iPhone gesehen habe, wo im Menü tatsächlich der Menüpunkt Ethernet aufgetaucht ist. Ja, sehr spannend. Man kann auch externe Monitore anschließen. Das läuft über das Display, über den Display-Port-Standard über die USB-C Buchse. Das heißt, mit so gängigen HDMI-USB-C Adaptern, die auch Display-Port unterstützen, kann man Monitore direkt anschließen. Da wird das Bild gespiegelt. Oder eben auch Fernseher. Apple sagt, bis zu 4K 60 Frames pro Sekunde sind möglich. So eine HDMI-Buchse ist eigentlich immer vorhanden. Ein Fernseher ist auch im Hotel und in irgendwelchen Wohnzimmern in allen möglichen Räumen vorhanden. Da kann man einfach dann die iPhones anschließen. Und eben nicht nur die Pro-iPhones, sondern auch die ganz normalen. Und insofern sind die Modelle eigentlich alle gleich, was das angeht. Einziger Unterschied, USB-C Tempo mit USB 3.0 Standard. Das wird nur bei den Pro-Modellen unterstützt. Also das ist schon ein großer Schritt für die iPhone-Welt. Die Öffnung zu USB-C und für allen möglichen Zubehör. Und für weniger Kabel-Chaos im Alltag. Wie unterscheiden sich die Modelle nun grundsätzlich im Design? Der Hauptunterschied der Modelle untereinander ist erstmal die Größe. Und es gibt zwei Klassen. Es gibt die Pro-Serie, die ist etwas teurer und besser ausgestattet. Und es gibt die normalen iPhones, iPhone 15, iPhone 15 Plus. Und in beiden Kategorien gibt es zwei Größen. iPhone 15 und iPhone 15 Pro haben eine Display-Diagonale von 6,1 Zoll. Das kann man unter Umständen dann auch mit einer Hand bedienen oder auf jeden Fall einfach halten. Das iPhone 15 Plus und das iPhone 15 Pro Max haben eine Display-Diagonale von 6,7 Zoll. Das ist natürlich fantastisch fürs Arbeiten, fürs Videoschauen. Die Pro-Geräte zeichnen sich auch durch ein etwas anderes Design aus. Also der Rahmen ist jetzt nicht aus Aluminium, wie bei den Einsteigermodellen. Auch nicht mehr aus Stahl, wie bei der Vorgänger-Serie, der 14 Pro-Serie. Sondern diesmal kommt Titan zum Einsatz. Und das fühlt sich auch ein bisschen anders an. Das ist eine matte Rahmenstruktur. Die Rückseite war ja bei den Pros immer schon matt. Jetzt ist es auch bei den 15ern matt. Und beide Geräte, also alle Geräte fühlen sich sehr gut an. Weil auch eine andere Kleinigkeit hat sich geändert. Von Weitem sieht man den Unterschied gar nicht. Aber die Ränder zwischen Display und Rahmen sind so leicht abgerundet. Und ja, sieht dann nicht mehr ganz so kantig, schnittig aus. Aber es liegt einfach fantastisch in der Hand. Und ja, so gut haben sich dann die iPhones eigentlich lange nicht mehr in der Hand angefühlt. Wenn man die Geräte umdreht, die Pro-Geräte erkennt man daran, dass hinten drei Kameralinsen verbaut sind, beziehungsweise drei Kameraobjektive, teilweise ja eben aus sehr vielen Linsen. Und bei den R515 und R515 Plus sind es weiterhin nur zwei Kameras, die Ultraweitwinkel und die normale Hauptkamera. Da fehlt eben nach wie vor eine Telekamera. Ist Titan robuster als Stahl? Ja, also Titan wurde ja als sehr robust angekündigt. Und das wird ja auch in einer Weltraumtechnik eingesetzt. Beim Mars Rover ist also ganz tolles Material, korrosionsbeständig, sehr hitzeresistent. Und insofern war auch eigentlich die Erwartung ja, dass die iPhones jetzt quasi unzerstörbar sind. Das ist natürlich leider nicht so. Also es gibt Leute, die haben da mit einem Flammenwerfer oder Bunsenbrenner die Geräte traktiert, haben die aus hoher Höhe runtergeschmissen. Und ja, Fazit, auch da gehen die Geräte kaputt. Im Alltag sind die aber auf jeden Fall genauso robust. Und der Hauptvorteil ist eigentlich bei Titan, der bei einer ähnlichen Stabilität wie Edelstahl ist das Gewicht halt deutlich geringer, also aufs Material bezogen etwa halb so hoch. Und deswegen ist zum Beispiel das Pro Max jetzt 20 Gramm leichter ungefähr geworden. Das spürt man schon wirklich, wenn man es in der Hand hält. Das leichteste ist natürlich das iPhone 15, das sind so 171 Gramm. Und das Alugehäuse vom 15 Plus ist auch leichter noch als das Pro. Trotzdem ist es jetzt erstmal so, dass die Pro-Geräte nicht mehr wirklich so bleischwer, stahlschwer in der Hand liegen, sondern wirklich sehr angenehm zu tragen sind. Und das ist eigentlich der Hauptvorteil. Wer jetzt bei der Farbwahl vor der Auswahl steht, für den vielleicht noch ein Tipp. Ähnlich wie auch früher bei den Alugeräten war es mit den Alurahmen, ist es eigentlich so, dass die natürliche Farbgebung, also Apple nennt das Titan Natur, dass die wahrscheinlich die beste ist, weil da die äußere Schicht, die ja durch chemische Behandlung verschiedene Farben angenommen hat, sich selbst wenn man da jetzt wirklich das aufkratzen sollte, kommt da halt nicht das helle Titan zum Vorschein, sondern die Titan-Oberfläche selber ist schon hell. Im Kratztest war nämlich das Titan eigentlich genauso kratzempfindlich oder kratzunempfindlich wie vorher Edelstahl. Und wenn man es jetzt einfach mit so einer, im Alltag wird es eigentlich vielen wahrscheinlich gar nicht verkratzen. Also wenn man jetzt einfach mit einer Büroklammer darüber kratzt, dann passiert das noch nicht. Da muss man schon ziemlich fest mit so einem Cuttermesser oder härterem Material eben aufdrücken, um überhaupt da die oberste Schicht abkratzen zu können. Für viele die wichtigste Frage, wie gut sind eigentlich die Kameras? Ja, auf dem Papier gab es da eigentlich, gibt es eigentlich so zwei Innovationen für das normale iPhone 15 und 15 Plus. Die kriegen jetzt auch eine 48 Megapixel-Kamera. Die gab es ja vorher nur im 14 Pro. Und andererseits ist es bei den Pro-Geräten so, dass das Pro Max, also nur das größte Pro, jetzt ein Teleobjektiv bekommt, wo die optische Brennweite nochmal höher ist. Das heißt, die hat eine 5-fach optische Vergrößerung und nicht nur 3-fach, wie bei den Vorgängern oder eben auch bei dem normalen 15 Pro. Das ist auch bei 3-fach geblieben. Das sind so die Hardware-mäßig von den Specs die Hauptunterschiede. Im Test hat sich gezeigt, dass eigentlich der größte Sprung die Hauptkamera gemacht hat. Und nicht nur wegen der Hardware selbst, sondern auch wegen der Bildverarbeitung und der Entscheidung, wie jetzt Apple bei den neuen iPhones mit den Bildern umgeht. Denn wir haben jetzt ja bei allen Modellen einen 48 Megapixel-Sensor. Das ist wohl bei den Pro-Modellen noch ein etwas besserer Sensor. Aber vom Grund her ist das Verfahren eben ähnlich und unterscheidet sich deutlich von allen anderen Smartphone-Herstellern. Stand jetzt unterm Strich hat Apple jetzt so eine Art sehr guten Kompromiss gefunden zwischen hoher Auflösung Dateigröße und auch der Flexibilität. Weil mit den 24 Megapixeln hat man halt ein Bild, was dann doch beim Reinzoomen, wenn man auch später einen anderen Ausschnitt wählen will, mehr schärfere Reserven hat, mehr Pixel eben. Und man kann auch bei der Bildverarbeitung ein bisschen mehr damit machen. Dieser neue Algorithmus, von dem profitieren natürlich vor allem die Nutzer der Basismodelle 15 und 15+. Zwar sind die Pro-Modelle da auch bei der Hauptkamera noch mal besser bei uns im Test von der Bildqualität. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit früheren Modellen des iPhone 12, 13, 14, dann ist da einfach so, dass da auch die Schärfereserven sehr viel höher sind. Und man auch dort ohne eine eigene Telelinse, eigenes Teleobjektiv, noch so bis Faktor 2 oder auch 2,5 in der Schärfe ganz gut brauchbare Zoom-Fotos machen kann. Also wenn es im Alltag nur darum geht, ein bisschen den Bildausschnitt zu verändern, ein bisschen näher ran zu zoomen, allen die Freundesgruppe oder das Objekt, was man vor der Linse hat, dann sind die normalen Modelle jetzt erstmals auch ganz brauchbar. Was bringt der A17-Prozessor? Apple hat mit den neuen Pro-Modellen, 15 Pro-Modellen, eine neue Prozessor-Generation vorgestellt und dort verbaut. Das ist der Apple A17 Pro. Gleichzeitig hat aber auch die normale 15er-Serie profitiert. Sie bekommen nämlich den A16 Bionic, in der Variante, wie er vorher nur im 14 Pro zu haben war, also auch dort ein Temposprung. Die Frage ist jetzt, was bringt der A17-Prozessor? Ja, zwei Neuerungen fallen erstmal auf. Einmal gibt es einen Grafikkern mehr und die ganze Produktionsweise ist auf 3-Nanometer-Verfahren, also von 4-Nanometer runter, gefahren worden. Also in der Größe, Baugröße ist es etwas feiner und damit soll eigentlich immer auch ein gewisser Effektivitätsgewinn einhergehen. Der wird aber dann effektiv im Test, muss ich sagen, dann von der Leistungszuwachs aufgefressen. Positiv muss man sagen, dass jetzt für unsere Testbewertung praktisch die Maximalgrenze eigentlich ausgereizt wurde schon von den neuen Prozessoren. Also das ist schon irre schnell, sowohl beim normalen Arbeitstempo als auch eben bei Grafikanwendungen. Es gibt viele, die jetzt auch beim iPhone, gerade so seit der 14er, 14 Pro Serie, darüber klagen, dass die Hitzeentwicklung sehr hoch ist, dass die Hitze nicht gut abgeleitet werden kann und dann die Leistung des Prozessors nach einiger Zeit sinkt. Das ist auch so und proportional gesehen, das wird sich auch wieder unterscheiden, je nach Benchmark, aber bei den Benchmarks, die ich jetzt mir angeschaut habe, ist es auch so, dass die neuen Prozessoren prozentual teilweise ein bisschen niedriger gehen als vorher, aber effektiv ist das Tempo trotzdem immer noch höher. Und Stand jetzt, kann man schon sagen, Stand September 2023 und das wird wahrscheinlich auch das ganze Jahr noch so bleiben, sind die Apple A17 Pro Prozessoren die schnellsten Smartphone Prozessoren, die es gibt und erstmals hat Apple auch gesagt, dass sogar Raytracing für Spiele unterstützt wird. Also ich konnte mir schon eine Version von einem Spiel anschauen, wo Raytracing zum Einsatz kam und Assassin's Creed wird 2024 auch in der Version für die iPhone Pro-Modelle kommen, ich meine auch dann für die stärkeren iPads und das soll dann nicht irgendeine Portierung auf Handyformat sein, sondern das ist wirklich das volle Spiel und da ist es natürlich super, wenn man jetzt auch das Gerät mit dem Monitor oder dem Fernseher verbinden kann, denn dann kann man jetzt für Gelegenheitsintensivspieler, die können auch überall, wo sie nur einen Monitor finden oder einen guten Fernseher, dann einfach praktisch das iPhone zur Spielekonsole machen oder vielleicht sogar die Spielekonsole ganz ausrangieren. Weiß ich nicht, ob das ist dann noch eine Frage des Softwareangebots, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Wie unterscheiden sich die Pros sonst von den normalen Modellen? Kern, das Argument für die Pros ist natürlich die Telelinse, der A17-Prozessor, für manche mag dann auch noch die USB 3.0-Geschwindigkeit eine Rolle spielen. Es gibt auch noch ein paar andere Unterschiede, der wichtigste ist wahrscheinlich, dass nur bei den Pro-Modellen eine Bildwiederholrate bei den Displays von bis zu 120 Hz im Maximum und 1 Hz im Minimum unterstützt wird und das ist natürlich schon so, dass es bei den hohen Herzzahlen die Darstellung beim Scrollen oder auch in Spielen oder bestimmten Anwendungen etwas laufruhiger wirkt und die 1 Hz sind halt ein guter Trick, wenn man jetzt länger zum Beispiel E-Books liest, E-Paper, Readly oder sowas, dann wird das bei den Pro-Modellen leichter sein, jetzt noch Strom zu sparen. Zu bedenken ist allerdings, dass jetzt, wenn man jetzt viele andere Seiten sich anschaut und da wird gewettert, 60 Hz können eben nur die normalen Modelle, der iPhone 15, 15 Plus, dass das absolut unmöglich sei und dass das Schrott sei, das ist aus meiner Sicht so Quatsch. Denn es wird halt nur denjenigen auffallen, die da irgendwie sensibel für sind und auch nur denen, die vorher ein Modell-Smartphone hatten mit mehr als 60 Hz. Also alle, die ein iPhone 12, ein iPhone 11, ein iPhone 13, ein iPhone 14 hatten, also nicht die Pro-Modelle oder eben auch kein neueres Android, die werden den Unterschied nicht bemerken, weil das ist genauso gut wie vorher und fürs Ruckeln ist eben auch ein schneller Prozessor und eine schnelle interne Verarbeitung auch wichtig und das liefern die iPhones meistens eben. Auch die paar Candela, die die Pro-Modelle heller sind, sind kein Grund mehr, denn erstmals unter Überschreiten auch die normalen 15 Modellen in bestimmten Test-Szenarien die 2000 Candela, also auch hier sollte die Helligkeit für die Nutzung in der Sonne draußen ausreichend sein. Was hat sich beim Akku getan? Ja, beim Akku muss man sagen, da hat sich leider fast nichts getan. Es gibt da an der einen Stelle vielleicht ein bisschen mehr Milliampere Stunden, aber es ist kein großer Sprung. Also es ist auch so, dass es vielleicht immer schwieriger sein wird, jetzt bei den neuen iPhones mit den neuen Prozessoren zu sagen, Akkulaufzeit ist schlechter oder besser geworden, weil das hängt auch sehr vom Nutzungsfall ab. Wir haben gemerkt, dass Apple auch sehr stark die Leistung managt, je nachdem, welche Anwendungen zum Einsatz kommen. Das heißt, wer jetzt dauernd Spiele spielt oder Anwendungen nutzt, die diesen A17 Pro Prozessor voll ausnutzen, auch wenn er in 3 Nanometer gefertigt wird, der wird einfach den Akku schneller entleeren. Wer aber normale Anwendungen fährt, der wird ungefähr auf dieselbe Laufzeit kommen wie bei den Vorgängermodellen. Großer Sprung nach vorne ist da auf jeden Fall nicht drin. Dafür muss man eben entweder weniger Leistung oder sparsamere Technik verbauen oder eben sehr viel größere Akkus, was dann die Geräte wahrscheinlich wieder dicker machen würde. Beim Ladetempo, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Das bleibt so bei um die 2 Stunden. Aber unterm Schnitt ist es jetzt nicht so schnell wie bei den chinesischen Android-Smartphones, sondern auch hier bleibt es ähnlich wie die Samsung meist so bei 1,5 bis 2 Stunden Ladedauer. Für wen lohnt sich jetzt ein Upgrade? Die Frage kann man natürlich immer nur individuell beantworten. Wie immer eigentlich ist es so, vom Vorgänger, von der Vorgängerserie lohnt sich in der Regel kaum ein Upgrade, weil die Fortschritte sind natürlich jetzt nie so gewaltig. Also die Kameraleistung bei der normalen Hauptkamera für die Basismodelle, die wird schon spürbar sein. Also wer vorher ein iPhone 12, 13 oder 14 hatte, wird da bei der Kamera wahrscheinlich in vielen Situationen bessere Ergebnisse erzielen. Und natürlich wer mit USB-C das ausreizen will, die neuen Verbindungsmöglichkeiten, Monitoranschluss, vielleicht SSD-Anschluss zum Datenüberspielen, für den lohnt sich der Wechsel auf jeden Fall. Sonst würde ich sagen, dass auf jeden Fall, wer ein iPhone 11 oder 12 hat, für den wird das schon ein gewaltiger Schritt sein, auch beim Tempo. Das merkt man schon auch in der Bedienung, den Tempozufacks. Und sonst, mein Tipp eigentlich, dann wechseln, wenn die alte Hardware einen nicht mehr zufrieden stellt und wenn der Akku zu schlapp ist, dann ist es oft vielleicht ein guter Zeitpunkt, einfach auf ein neues Modell zu wechseln oder natürlich den Akku zu verursachen. Wie teuer sind die Modelle? Ja, bei der Vorstellung der Preise gab es eine Überraschung. Apple hat tatsächlich die Preise gesenkt. Das ist wohl eine strategische Entscheidung, aber auch einfach, weil der Wechselkurs wohl zum Zeitpunkt der Preisfestlegung für den Euro günstig war. Das normale iPhone 15 startet bei 949 Euro, das iPhone 15 Plus 1099 Euro, also 150 Euro Unterschied. Das Pro ist im Einstieg vergleichsweise günstig sogar mit 1299 Euro und das 15 Pro Max beginnt bei 1499 Euro. Achtung! Nur das Pro Max gibt es in der Basismodell schon mit 256 GB Speicher, wenn das normale Pro noch 128 GB hat. Wie viel Speicher braucht man? Ja, wie gesagt, außerdem Pro Max starten alle Modelle bei 128 GB. Für die meisten Anwender reicht das, aber wer schon eine große Foto- oder Videosammlung mit sich rumschleppt, für den ist wahrscheinlich 256 GB dringend anzuraten und wer natürlich selber dann sehr viel 4K-Videos aufnehmen will, für den sind auch 512 oder bei den Pro-Modellen sogar ein Terabyte eine Option. Da sei aber gesagt, wer jetzt konsequent Daten auf dem PC überträgt oder auch in der Cloud auslagert, der kommt dann auch mit 256 GB klar. Die iPhone Pro-Modelle, speziell das Pro Max, sind technisch gesehen wahrscheinlich die besten Smartphones, die Apple bislang rausgebracht hat, also große Displays, größte Zoom-Möglichkeit bisher und eben die ganze neue Kamera-Power, alles angetrieben vom A17 Pro-Prozessor. Den größten Sprung gegenüber der Vorserie, dem Vorgänger, den sehe ich persönlich aber bei dem iPhone 15, weil hier gibt es wirklich einmal ein zeitgemäßes Design mit dem Dynamic Island, also nicht mehr die Notch, sondern dieses Oval, was eingeblendet ist, das sieht schon mal irgendwie zeitgemäß und schick aus. Es gibt eine matte Rückseite, es fasst sich eben super an und eben die Kamera, die ist auch bei kleinen bis zu kleinen Zoom-Stufen wirklich sehr brauchbar und deutlich besser im Alltag als die beim iPhone 14. Insofern ist für mich eigentlich das iPhone 15 der Geheimtipp für die meisten Nutzer. aus dem Onschenschaft Auf 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017